Ich begrüße euch wieder herzlich zu Dead Space. Das Kinderwunderland fährt ein. Aha. Ich weiß vielleicht nicht warum. Na, war ja klar, dass irgendwelche Leute das nicht wollen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass eure Show vorbei ist. Tut mir leid. Wart nach. Oh mein Gott. Wart nach. Wart nach. Das ist gerade einfach nur dumm. Das sind einfach... Ich drück A. Ich drück A. Ich kann ihn nicht weghauen. Gib ihm doch. Gib dem Kind eine. Mann. Die sind überall. Ey, ihr... Die dreckigen Missgeburen. Wie kann ich denn boxen? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich tue mir gerade leid. Ich bin gerade einfach nur dumm. Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich kann nicht mehr mehr hauen. Wie bockst du dich? Ich hab gar nichts. Mann. Wie hau ich denn? Hab ich... Hab ich nie mehr mein... Wo sind meine Medipacks hin? Ich hab aus Versehen immer A gedrückt oder was. Tut mir echt leid. Also... Nö. Das kann ja so nicht weitergehen. Wenn ich das jetzt nicht öfter spiele, dann bin ich echt dumm. Dreckige Scheiße hier. Das tut mir echt leid. Sowas tut mir echt leid. Für mich selber einfach auch. Allein diese Dummheit, die ich hier gerade an den Tag gelegt hab. Am liebsten würde ich die Aufnahme echt abhauen. Die sollte es gar nicht geben. Wie? Wie hau ich jetzt? Wie hau ich? Ich hab keine Ahnung mehr. Mein Typ kann nicht mehr boxen oder was? War verlernt. Nicht... Boah! Option, ey. Dreckige Scheißkacke hier, ey. So, guck mal. Nein, nicht Maus. Warum macht er denn das mit Maus? Warum zeigt er mir das denn? Das bringt mir nix, wenn ich mit dem Controller spiele. Ich kann nicht mehr boxen. Ich hab keine Ahnung. Ach so. Ach so. RT, einfach so, ey. Ja, ich würde mal sagen, mein Leben ist so gut wie möglich eigentlich schon verwirkt, weil ich hab... naja, ich hab zwar nix mehr, aber hey. Wir gucken einfach, wie wir durchkommen. Ja, das war jetzt gerade eigentlich einfach nur meine Verschuldung, einfach wirklich. Ich einfach nicht gereilt habe mehr, wie was ging. Ich darf echt nicht so lange Pausen machen, während ich irgendwie aufnehme. Das bringt einfach nix. Geht's dir gut? Ne, ich glaub mal nicht. Immer bring ich diesen Spruch, ey. Was den Leuten hier gut geht. Dabei weiß ich ja auch, dass es den ordentlich gut gehen kann. Ja, ist mir schon klar, dass die Türen zu sind, ey. Ja, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Äh, will irgendeine Frau wie ihr verficktes Kind auf den Arm nehmen? Nein, okay. Nochmal Glück gehabt. Ich trinke kurz einen Schluck, weil mich riecht das einfach auf, was ich da gerade fabriziert hab. Kann einfach nicht sein, dass ich... Das ist immer, immer... Man spielt so viele Spiele. Und man muss sich so viele Steuerungen merken. Also, ähm... Also man muss sich so viele Steuerungen merken. Und da kommt man echt schon manchmal... ...in die Pedolie, ihr wisst schon. Also, irgendwie... Gebt mir das Geld, danke. Was ist hier drin? Oh, da ist ein Schema. Schemati-Dingsbums. Und ein Lok. Ich sollte die ja mal alle lesen. Ich weiß nicht, wann. Wäre natürlich schon eine gute Sache. Gibt einer so eine Wand vorgekritzelt. Oh, Flammenwerfer. Nicht so mein Ding. Es gibt immer ein paar Leute, die meinen so, die Waffenball, die ich habe, ist nicht so korrekt. Aber nicht gut. Aber, na gut, ich habe gerade bemerkt, dass in einem sehr hitzigen Kampf mir das Suchergewehr in keinster Weise hilft. Das stimmt schon. Aber ich mag das Gewehr trotzdem. Und deswegen werde ich das... Ach, ey, können wir nicht einfach... Ach, können wir nicht einfach aufhören mit diesem... ...dieser Kacke von, äh... Danke. Habe ich aber was bringen gesehen? Habe ich mir gut auch nicht mehr mit, ey. Ich trau' den Braten dann nicht. Okay, okay. Ah. Ach, da stehst du, Alter. Ach, da stehst du, Alter. Du wirst nie wieder auf dem Herd sehen. Hüe, hä, hä. Die Alte, ey. Weißt du, man will einfach hier nur ein bisschen in der Station hier. Einfach nur seine Ruhe. Weißt du, man wollte hier Experimente an mir machen. Okay, das ist ein bisschen brutal. Das stimmt schon, aber... Normalerweise. Ey, die Alte. Ey, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht... ...psychomäßiger aus. Ich brauche ihn nicht. Keine Bewegung. Ey, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Uns klar, unsarge. Äh. Ich bin da ein bisschen geschlaucht, ey. Weil ich mich so scheiße angestellt habe, ey. Und dafür stimmt, also da ist meine Waffenwahl. Ich weiß nicht, ob ich den Satz einfach zu Ende gebracht habe. Ich kann mir das nie merken, aber ich auch schon... Da ist die Sache ein bisschen scheiße. Ich muss mir noch irgendeine andere gute Waffe dazusehen. Ich werde schon wieder irgendwo blubbern. Wäre das? Da war was? Da ist doch irgendwas. Ist da ein Speicher? Oh, geil. Huah! Toll, wir haben wieder 100 Tote, ey. Ah, ein bisschen das hier. Und speichern. Und dann mache ich hier Schluss. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei... bei Dead Space. Und, äh, da machen wir hier Wai-D. An der Stelle. Und gucken, was uns erwartet. Also, bis dann. Und, äh. Und... Dann...